Hi und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Captain Casino. Im heutigen Video schauen wir uns die Seite Zoom an. Solltet ihr im Laufe des Videos merken, dass euch die Seite gut gefällt, in der Videobeschreibung ist ein Link. Wenn ihr euch über den Link anmeldet, bekommt ihr einen Willkommensbonus bei der ersten Anmeldung und könnt so eben die Seite einfach mal austesten. Bitte mal trinken, erst ab 18 und nur mit dem Geld spielen, was ihr auch wirklich verlieren könnt. Und damit würde ich sagen, starten wir eigentlich direkt rein. Rein optisch kann ich auch mal sagen, dass die Seite sehr gut aussieht und mir das Design wirklich gut gefällt. Es ist in einem dunklen lila Ton gehalten und auch die ganzen Akzente, Designs und so weiter gefallen mir persönlich sehr gut. Auf der linken Seite befindet sich das Menü. Dort gibt es die Punkte Werbeaktionen, Treu-Programm, VIP-Programm, Turniere, Zahlungsmethoden, Spieleanbieter und Spiele. Klickt man nun auf Spiele, kommt man natürlich zum Slot-Bereich, wo man ganz verschiedene Slots findet. Es gibt die Klassiker wie Big Bass Bonanza, Gates of Olympus, Book of Dead, Legacy of Dead und viele weitere, aber natürlich auch neue und exklusive Spiele, so dass eigentlich für jeden was dabei ist. Checkt gerne mal die Spiele aus, aber die Auswahl ist wirklich so groß, dass es eigentlich für jeden was Neues gibt und es lohnt sich auch immer wieder reinzuschauen, wenn neue Spiele dazukommen. Es gibt natürlich auch einen großen Live-Bereich. Hier findet ihr Spiele wie Roulette, Poker und Blackjack in verschiedenen Ausführungen, aber natürlich auch die Gameshows wie Crazy Time, Fortune Wheel, Mega Wheel und so weiter. Klickt man auf den Punkt Treu-Programm, kommt man, wie der Name schon sagt, zum Treu-Programm der Seite. Hier werden also Treu-Spieler belohnt mit verschiedenen Vorteilen, wie zum Beispiel bis zu 23.500 Euro Guthaben, 20 Prozent Cashback und 640 Freispiele. Ihr könnt Stufen aufsteigen und bekommt je Stufe eben zum Beispiel Cashback, Freispiele und Bonusguthaben. Es gibt ein VIP-Programm der Seite für die Leute, die eben sehr aktiv auf der Seite sind und zum Beispiel eine gewisse Summe eingezahlt haben. Ihr steigt dadurch eben Stufen auf und bekommt zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel Cashback, Boni, höhere Limits, private Events, erhöhte Gewinne und VIP-Support. Ihr könnt auch hier wieder Stufen aufsteigen, von normal über Bronze, Silber, Gold, Platin bis zu einem versteckten Vorteil. Es gibt verschiedene Turniere, um so nochmal zusätzlich Preisgeld zu gewinnen. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Es gibt immer wieder neue Turniere, je nachdem welches Event gerade ansteht. Es lohnt sich also immer mal wieder zu schauen, was aktuell da ist. Und damit kommen wir zu den Zahlungsmethoden und zur Sicherheit. Direkt vorneweg kann man sagen, dass die Seite eine Lizenz in Curaçao hat und somit dort von den Behörden überwacht wird, was natürlich immer ein gutes Zeichen ist, da man so eben weiß, dass sie sich an gewisse Standards halten müssen. Darüber hinaus achten sie eben auch die Sicherheit und es gibt ein echtes AMG, so da es wirklich Zufall ist, ob man gewinnt oder eben nicht. Und damit kommen wir zur Ein- und Auszahlung. Bei der Einzahlung kann man ganz verschiedene Methoden benutzen, wie zum Beispiel Visa Card, Mastercard, Myfinity, Jator, JiroPay, Cash2Code, EasyWallet und natürlich auch verschiedene Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin und USDT. Bei der Auszahlung gibt es eben auch andere Methoden, wie zum Beispiel Banküberweisung, Myfinity und eben auch ganz verschiedene Kryptowährungen. Bitte lest euch immer die AGBs durch, um zu verstehen, wie lang die Ein- und Auszahlungen dauern und was der Mindest- und maximale Betrag ist. Sollte euch die Seite bisher gefallen und ihr möchtet selbst die Seite austesten, wenn ihr euch über den Link in der Videobeschreibung anmeldet, bekommt ihr bis zu 2.000 Euro und 250 Freispiele bei den ersten Einzahlungen, um so eben die Seite einfach mal austesten zu können. Vielen Dank für den Support und bitte, wenn wir daran denken, erst ab 18 und nur mit dem Geld spielen, was ihr auch wirklich verlieren könnt. Und natürlich neben dem Willkommensbonus gibt es auch noch andere Boni, wie zum Beispiel ein Cashback jeden Donnerstag, ein Rakeback jeden Freitag, ein High Roller Reload Bonus, ein High Roller Bonus für die erste Einzahlung, ein Freitags Reload, ein Sonntags Reload und verschiedene andere. Hier lohnt es sich eben auch für Leute, die Boni gerne nutzen wollen, einfach mal rein zu gucken, um eben zu sehen, was es alles an neuen Bonis gibt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur Zusammenfassung. Für mich sieht die Seite wirklich optisch sehr gut aus, mir gefällt das Design mit dem dunklen Lilaton und die Seite hat wirklich einen großen Casino-Bereich mit ganz verschiedenen Slots, egal ob die Klassiker oder eben auch neue und exklusive Spieler. Es gibt ein Treueprogramm, wo treue Spieler belohnt werden und zusätzlich Preise gewinnen können, die zum Beispiel insgesamt 23.500 Euro Bonusguthaben. Es gibt ein VIP-Programm, bei dem man Stufen aufsteigen kann, um so weitere Vorteile zu bekommen. Es gibt einen Turnierbereich, bei dem man eben an Turnieren teilnehmen kann, um so eventuell noch mal Preisgeld zu gewinnen. Und die Seite hat eine Lizenz in Curaçao. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Captain Casino.